Herzlich willkommen bei der Messe Women and Work. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für die Bundesbank als potenziellen Arbeitgeber interessieren. Der Euro ist das wohl greifbarste Symbol der europäischen Zusammenarbeit. In der Bundesbank arbeiten wir jeden Tag zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa daran, dieses einzigartige Gemeinschaftsprojekt weiterzuentwickeln. Die Aufgaben der Bundesbank sind dabei vielfältig. Wir tragen dazu bei, die Kaufkraft unserer gemeinsamen Währung zu erhalten. Wir stellen den Banken in Deutschland genügend Kredite zur Verfügung, sodass sie die vielen Innovationen und Ideen, die hier entstehen, finanzieren können. Wir achten darauf, dass die Banken sich an die Spielregeln halten und verantwortungsvoll mit ihrem Geld umgehen. Außerdem sorgen wir dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Einkäufe sicher tätigen können, sei es bar oder elektronisch. Mit unserer Arbeit beeinflussen wir also Tag für Tag das Leben von Millionen von Menschen in Deutschland und ganz Europa. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe brauchen wir viele kluge Köpfe. Wir stehen im Dienste unserer Gesellschaft und diese Gesellschaft wird immer bunter. Es ist unser Anspruch, dass sich diese Vielfalt auch bei uns in der Bundesbank widerspiegelt. Wir sind immer auf der Suche nach Talenten mit ganz unterschiedlichen Geschichten und frischen Ideen. Die Förderung von Frauen liegt uns dabei ganz besonders am Herzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass mehr Frauen auch in Führungspositionen ein großer Gewinn für die Bundesbank wären. Unsere Welt verändert sich. Denken Sie zum Beispiel an die Digitalisierung und den Klimawandel. Der frische Blick von Frauen ist ungemein wichtig, um diese und weitere zukünftige Herausforderungen zu meistern. Meine Kolleginnen und Kollegen haben ein tolles Programm für Sie vorbereitet. Erfahren Sie, was Sie mitbringen sollten, um Teil unseres Teams zu werden, welche vielfältigen Aufgaben auf Sie warten, wie Sie Ihre Karriere individuell nach Ihren Bedürfnissen gestalten können und vieles mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und freue mich, Sie vielleicht bald bei uns an Bord begrüßen zu können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und vielen Dank.